Hoi da, was geht ab Leute, ich bin hier bei Starstorm angekommen. Das erste mal, dass wir hier sind, seit die Arena eingeführt wurden. Das mit dem Arena Update. Ihr wisst, wir haben hier zwei Stocks verloren, die wurden zur Arena. Schauen wir mal, wie sich das auswirken wird. Das ist auch das erste mal in drei, fast vier Wochen oder so, dass wir farmen gehen. Abgesehen von dem Parsing Event, aber da haben wir nicht so viel gefarmt, da haben wir es echt locker angehen müssen. Schauen wir mal. Aha. Hi. Hey. Servus. Hi. Was geht ab Leute? Oh, dein letztes Video. Geht schon. Da hast du dich beschwert, gell? Wieso? Nein, ich habe es gut gefunden. Hat doch was gebracht. Ich habe es gut gefunden. Ob positiv oder negativ. Nein, positiv. Das hat er recht gehabt. Ja, ja. Habe ich nicht mitbekommen. Aber gut. Finde ich gut. So. Dann läuft die Kamera? Oh, keine Ahnung. Okay, ja, die Kamera läuft. So. Warte, läuft Screen Recorder? Oh mein Gott, ich bin gerade echt verplant. Ja, Screen Recorder läuft auch. So, direkt angekommen. Das Gacha hat zum Glück, also das ist ein großer Nachteil, den ich vergessen habe zu erwähnen. Das Gacha fängt alles. Sprich, wenn aus den Modulen was Gutes kommt, das Gacha übernimmt es. Zum Glück diesmal Trattini gefangen hätte auch fliegen können, natürlich. Ich habe das jetzt ausgemacht, weil ich auf dem Weg zu einem Pikachu bin. Das Fest Pikachu mit dem Boot, mit der Cap. Ich habe noch gar keins gesehen überhaupt. Und direkt hier eins. Perfekt. Mal schauen wie häufig die sind. Was? Vielleicht erhöhe ich meine Medaille, sammle ein paar Pikachu Bomben aus. Gibt es sonst eh nichts zu tun. Da ist es ja. Das Erste. Hier. Hier haben wir. Ja, hier kommen wir wieder. direkt gefangen schlechteste jetzt haben ein paar von euch mir schon geschrieben dass ihr hier 100% haben Respekt an euch schauen wir mal ob ich auch eins bekomme wahrscheinlich nicht Scanner läuft überhaupt nicht kann man nichts machen das ist womöglich erste Trattini Goldene Berge er hat gelbe Bären noch nicht freigeschaltet direkt als neuen Body rein und dann geht es um ein paar die die So, kommen viele Weiterentwicklungen aus den Modulen. Highlight hier Ursogeln. Könnte ein guter Red Boss werden. Oh, excellent. Oh, den kannst du dann fast nur als 3er reinhören. Tschüss. Und tschüss. Oh mein Gott, das ist geflüchtet. Nein, ich verschicke ihn mal. Ach so. Ich hoffe nicht, dass ihr das sehen könnt, aber da sind Fallschirmspringer. Das war's vom Schloss. Wir gehen jetzt was essen. Beziehungsweise grillen. Mit 90% Wahrscheinlichkeit aufregen. Das wird aufregend. Schauen wir mal. Aber das Schloss war irgendwie unspektakulär. Ja, kam nichts. Kam nichts, ja. Aber es kamen schon gute Sachen, aber ich weiß nicht. War irgendwie langsam heute. Sehr müde alle irgendwie. Nicht so energisch. Und? Hat man bemerkt, dass der 1 Stop fehlt? Ja, auf jeden Fall. Recht wird's. Ja. Wir sind voll schnell die Bälle ausgegangen. 1 Stop weniger zum Drehen auch. Ja, wieso? Den konntest du ja immer noch drehen. Ich vergesse es immer. Ja, immer noch. Ich muss mich mal dran gewöhnen. Ich habe mich extra reingesetzt, damit es 1 mehr gibt für mich. Das stimmt. Da gibt's mehr Items, ja. Das stimmt. Ich habe gar keine Lust mit dem zweiten Account zu spielen. Gar nicht. Welches Level jetzt? 17. Holst du auf? Geht schon, ja. Ich habe nicht mal ein Level mit dem geschafft hier. Echt. Ich habe keine Motivation gehabt. Hm. Wie wächst Leute. Was ist der? Der wackelt schon. Der wackelt noch. Hm. Das muss ich auch. Checken. So. 4, 3, 2. Jetzt bin ich gespannt. Und? Ich sehe es nicht. Despoter. Despoter? Aus dem Auto. Geben wir oder was? Auf jeden Fall. Schauen wir ab und ich steig schon aus. Steigen wir aus? Ja. Auf zum Despoter. Durchfaut zum Besten. Auf zum Einatmen. Die Ressourcen und die Ressourcen. Aber ich habe sehr gut gerade geklappt. Auf jeden Fall. Wir haben heute eine Größte. Das ist der Mite als Jahr noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Letztens immer goldene Berge für euch geworfen und immer relativ schnell drin Jetzt noch mit dem zweiten Account Ich habe schon einen stärkeren, einen besseren Ganz knapp, Unterextelung des ZDF, 2020 Drei, das wurde das glaube ich, ja 300% Fangratte und In letzter Zeit mit dem Main Account auch Weil ich immer goldene Berge jetzt werfe Recht schnell und recht sicher immer gefangen Meistens beim ersten Wurf jetzt, das war Der schwierigste mit zwei Würfen Weil, okay, den ersten habe ich echt verkackt, aber Goldene Berge und Great Ist eigentlich immer drin geblieben Werde ich euch demnächst vielleicht zeigen und dann nochmal drüber Abstimmen, nochmal schauen, ob ich weiterhin Die goldene Berge nutzen soll, weil Das war jetzt echt die letzten 4-5 Mal Erster Ball oder bei dem In dem Fall hier zweiter Ball Und direkt war da drin, also Da fehlt echt ein bisschen Action Aber ansonsten Ein bisschen gechillt, ein bisschen gefahren, echt nicht viel EP gemacht, zweiten Account Kaum rausgeholt, aber Mein erstes Pikachu mit der Mütze, mit der Cap Gefunden, gefangen Danach kam glaube ich noch eins aus dem Modul, also jetzt habe ich zwei Aber bisher nicht viele von denen gesehen Schreibt um den Kommentaren, wie viele es bei euch gibt, wie viele ihr schon gefangen habt Ich weiß, ein paar von euch haben schon 100% sogar Aber bisher habe ich echt nicht viele gesehen Schauen wir mal, ob sich die Spawnrate von denen noch erhöht Aber ansonsten war es das Wie immer liken, subscribe, kommentieren Check die anderen, wie es so Folgt mal auf Instagram und Facebook Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business